So, ich will mal kurz anfangen. Ciao. Ich werde langsamer aufgehen. Hui. Ja, ich bin krank und ernervt. Das sieht gut aus. Will ich auch. Ja, Werbung. Ich... Moment, Moment. Moment, Moment, Werbung. Oh, Werbung, laut. Ähm, Chris. Möchtest du vielleicht die Dingbahn nochmal bestellen jetzt für den... Abend? Na, für den Samstagabend dann da? Ja, also zumindest Samstagabend. Ich will nach dem Event noch was gemeinsam unternehmen, wir als Kumpels. Da dachte ich, die, wo wir waren. Also, mir hat die sehr gut gefallen. Also, die, 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 diejenigen zu deinem Geburtstag. Storkoer. In der Storkoer. Ich meine, so wie es aussieht, nicht denn sowieso wieder Sonntag, äh, irgendwann nach Hause fahren, weil du musst ja am Montag in die Schule und Sascha hat noch nicht zugesagt, ob er am Montag frei hat. Ja. Die Schadatt. Ja, oder wir gehen wieder Blink spielen am Alex, ne? Ey, Bowling sei schon Billard. Hatten die da auch Billardtische? Du meinst jetzt am Alex dann beides machen. Ja, mal Sascha fragen, ne? Und vielleicht kommt der Jolle ja auch mit. Ja, es sieht sehr aus. Ich bin ein kleines bisschen neidisch. So, so, ich verabschiede mich mal. Auf Wiedersehen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Night Talk. Okay. Wo ist denn hier TeamSpeak? Ach, da! Wo ist der Ausgang? Da hin? Genau. Alles klar, viel Spaß euch noch. Tschüss. Ciao. Tööö. User disconnected from your channel. Ja, da frage ich mal gerade Jolle, hast du denn den Samstagabend auch etwas mehr Zeit? Wow. Der ist anscheinend gar nicht da. Sehr geil, Chris. Zeigst jetzt, meint statt, dass du T-Worlds zockst. Ich auch nicht, was meint, warum ich die ganze Zeit auf Smack-Tater bin. Ich lasse nur noch den zwei laufen. Bis jetzt auf weit. Fahr ist ja weit. Okay. Aber Taker Mod funktioniert dann mit mich, oder wie? Ganz bloß sich nochmal ein normaler Texture Pack nutzen, oder wie? Und ich dachte, diese Version gibt's bloß mit der normalen Ja, das ist aber normal Ich freue mich, dass ich grad mal 64 nutzen kann Ich will's nicht ausprobieren Mich freut's nur, dass ich zwischendurch keine Lecks habe Das reicht mir Siehst du, ob die Falle eigentlich bei mir noch eingeknallt, ständig Das sieht sehr geil aus Wie, dein Tochter schon wieder wach? Achso Ja, ich Man sieht, du hast so einen Effekt drin, also so verschwommen Soll ich mal ehrlich sein, ich habe vor ein paar Tagen wirklich überlegt, doch mal anzufangen Aber dann mit deiner Hilfe sozusagen, dass du mir irgendwie zeigst, wie der Scheiß funktioniert Ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist der Gedanke schon weg Keine Ahnung Hat mich halt so übermannt, der Gedanke Aber jetzt ist er schon wieder vorbei Schade, ne? Wobei, ich hatte mir ein Let's Play von dir angeguckt, halt mit deinem U-Bahn-System und das und Bikini Bottom Muss ich meinen Craft-Patcher benutzen, oder? Okay, das sieht gerade geil aus, das Geld Du spielst jetzt in Craft-Chats, ich meine Du spielst jetzt in Craft-Chats, ich meine Warte, Spiel bitte Ja, ich hab's jetzt in den Mindjar rein geknallt Da gibt's keines Oh, Update Och da kann ich den ganzen ordner eigentlich nur das was drin ist erst mal gucken ob ich in meinem text ist benutzen muss bitte nicht da hin was er ist bitte benutzen mein kopf müssen also eigentlich jetzt 1 2 5 für nie jetzt und Rrrrrrrrrrrr Ja, pfff. Wir sind ja so gesehen nur noch ritt, wie ich das mitkriege, weil die Rolle sagt nix mehr. Doch, da, da läuft das. Ich bin hier. Ich dachte nur, also erstmal esse ich grad und ich dachte, Minecraft hab ich nicht so viel Ahnung. Da sind wir schon zwei. Achso, ja. Dann... Also ich hab grad mit eingeschaltet, kurz. Genau, ich auch, so. So macht man das. Zur Not haben wir gleich vielleicht noch nen Gast, wenn er's hinkriegt. Ja. Ach, waaat. Ja, wir können auch einfach wild Leute bei Facebook einladen. Können wir auch. Einfach so, hast du nen Headset, weißt du was Teams? Okay, und dann... Ey, da, das sind schon zwei Sachen, die nicht unbedingt jeder mit Ja beantworten kann. Ja, wahrscheinlich fass man's. Aber, ja. Wär ne Idee. Jawohl, das funktioniert. Ja? Ja. Ja. Wir haben den Zug gehört. Ja Killerkind Entschuldigung Da geht's ja wirklich tieeeeef ab Wärts Oh Ich finde ja das Wasser immer geil Was man hier auch jetzt schön gerade sieht Das Wasser was einfach von der Decke hängt Ja diese Wassertürme finde ich super Ja das ist ja auch cool Sowas im Wohnzimmer oder so? Also das ist äh ich sag ja sehr innovativ Minecraft Genauso wie der Notch Mit seinem neuen Spiel auch Minecraft Grafik drin hat Ja aber es stand drunter Das ist gewollt Dass es so aussieht Welches jetzt? Mayong oder Ne 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 was er jetzt entwickelt irgendwie Er entwickelt ja neues Spiel Er hat ja Minecraft verkauft Glaube ich ne? Ja an Ja ja da hat es irgendwie weitergegeben Genau Ja Aber an irgendeinem großen oder? Pfff keine Ahnung Na egal Ja Und was ist eigentlich mit diesem Mayong? Äh hat er ja irgendwie entwickelt? Mojang dann halt Äh irgendwie in paar Tagen meinetwegen? Ja gibt's auch Ähm Gibt's das jetzt überhaupt irgendwo? Oder was ist da Mit passiert? Ja aber die haben ja doch irgendwie am Wochenende Sich so ein Projekt mal gesetzt Dann halt durch Spenden So ein Spiel Und Ja ja genau Wow Ein Creeper Ach cool Ah juhu Ja stimmt Aber der 2 hast du noch nicht ne? Immerhin Ich mein Ich hab jetzt sie Diese Ja doch Doch darf ich sagen Die Computer Build Spiele Abonniert Seit letztes Jahr Ja Seit letztes Jahr Seit der Gamescom Und Dadurch hab ich ja auch die Spiele Die ich jetzt in Vote vorgestellt hab Wendt da grad die Sonne rein? Ich hab nämlich Äh einfach meine Die letzten CDs die ich greifen konnte Zusammengesammelt geguckt Was Kann man davon spielen? Was ist jetzt so irgendwie Adventure Action Irgendwas in die Richtung? Und hab die dann zum Vote vorgestellt Äh Chris Ich hab jetzt Minecraft upgedatet Hab wegen dem Texture Pack Äh Minecraft Fetcher benutzt Hab dann die Dings reingehauen Dieses Aber jetzt hab ich ein Black Screen Ja Ich muss das ja machen Wegen dem Texture Pack Fail Epic Fail Wie geh ich denn das jetzt wieder weg? Mein Kopf ist aus Ja 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 macht er Ja Naja, wie gesagt, wenn das dann gar nicht dieser leichten kleinen Fehler habe mit dem Wasser und so. Naja, ich hab's ja jetzt gerade, und jetzt muss ich... Opti-File... Da, wo... Ist der Meta-Inf-Ordner wieder da? Nee. Dabei. Und eingefügt. Das war eine ganz kritische Frage, was machen die restlichen 50%? So gerne. Das war ja die Frage. Da gibt's Fragen, ne? Wow. Ich guck's mir gerade an. Naja, ich bin gerade bei den Optionen drin. Naja. Aha. Echt? Das ist erstmal so ein Schatter einfach mal das Spiel. Wo ist er weg? Das ist auch izzi-bizzi. Oh, da ist nicht nur ne Spinne. Wo ist er heuer? Großartig. Du, hast es. Halt. 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 Was? Halt. 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 ... Hmm. Oh, ich hatte da nicht alle t... Ich guck da mal, Christo, du hast nicht rein zufällig Tipps für mich, das ist so ganz schön viel, was hier steht Ja, okay Gott Scheiße Ja, was steht denn so bei Steven bei dir so? Oh Das kann der Götz nicht, weil bei ihm lagts Ja, ich kann gerade mal mit Raketenwerfer-Kills machen, aber mit nichts anderem Also, es sieht schon wesentlich besser aus, also Ja, ich kann jetzt mal gucken, weil ich hab das glaube ich jetzt Ach, das gibt's bei Steam? Das wusste ich nämlich auch nicht Außerhalb von uns Ah ja, hier, ich hab's gesehen Erstmal Steam starten Ich hab standardmäßig laufen Ihr habt nicht zufällig Magier Nein Das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel Das könnt ihr mal bei Just Gaming absagen Aber über Alien Swarm würde ich mich auch freuen Müssen man aber, glaube ich, stufen, ne? Ja, ja Aber es gibt ne Demo Und das ist eigentlich ein echt geiles Ding Da war ja drei Stunden laufen für Trackmania, aber ich hab's nicht irgendwo Trackmania Nation, da Steam starten Ich mein, ich warte ja immer noch auf Shootmania Ja, leider Insufficient Permissions Channel Switched Jo Darf ich reden? Kann ich Ihr sitzt alle in den Hock 1 Ja, ich hatte eben komischerweise Probleme, äh draufzukommen Channel Switched Ich glaub ich ne Beine zum Download Warte, was sagt meiner? Mal sehen, was er sagt Also der sagt erst mal drei Stunden, aber der liegt ja ja oft Sag ich mal schönen Juntach Gramdolin, wa? Juhu Juntach Ich glaub zum ersten Mal, dass sich Chris und Gramdolin gegenüberstehen Stehen? Ja, okay, gut Ich seh ihn nicht Am Fenster, oder was? Hallo? Jetzt, Chris, jetzt darfst du ihn flame! Flame? Krieg jetzt lieber Spencer-Klatsche Wolltest du ihn nicht irgendwie flamen mal? War das nicht so? Irgendwann mal, ja Weißt du was, ich müsste mich erst mal selbst flamen Mir ist grade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit bei XSplit mein eigenes Mikrofon aus hatte Hahahaha Tudum Tudum Genau Jetzt hab ich's angemacht Ich glaub Gram, das meintest du dann, ne? Jaja, ich... Irgendeinen hab ich immer nicht gehört von euch Deswegen war's komisch Schön Ja, geil, schön Egal, drauf geschissen Fail Nicht nur Fail, sondern Epic Fail, würde ich mal sagen Ja, ihr wollt ja wenigstens zu hören Ja, bloß, äh Ich hab zu Minecraft nisch zu sagen Und... Götz hatte ein bisschen was zu sagen Tudum Ja, ich war sehr begeistert wie ich's aussah Ja, das haben die Leute ja gehört Aber mich haben sie nicht gehört Hahahaha Ooooooh Egal Also ich bin jetzt bei 60% mit Trackmania Ähhhh 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 Ich bin bei 15 Ich brauch noch 7 Minuten 44 Aber ich seh hier keine Prozesse Achso, da musste ich mal auf alle Spiele klicken Und nicht nur auf Download Äh, ich bin bei 12% Das ist keine Prozesse Ja, mein... Ach, 5 Minuten sagt er mir, das geht Einten Magic? House of Heroes? Hä? Was ist das bei mir drinne? Weil's umsonst grade fürs Wochenende ist, deswegen Aha Ähm Die danach kostet's, oder was? Ne, es ist einfach nur so, du kannst jetzt die Vollversion mal so probehalber zocken Für ein Wochenende So ist es gedacht Ahja Ja Äh Äh, raus damit Ach, das löscht sich wieder alleine Du musst das ja nicht installieren Will ich auch nicht Ja, macht ja Aber ich kann's doch nicht mal rausschmeißen Ja, weil's jetzt grade erst mal umsonst drinnen steht Am... Nach dem Wochenende steht's nicht mehr drinnen Keine Sorge, es verschwindet von alleine Ja, auch Half-Life Das krieg ich bei mir aber auch nicht raus, weil ich schon ewig drinnen Half-Life? Ja, vielleicht hast du es irgendwann mal raus Äh, Half-Life 2 Hast du es irgendwann mal gekauft oder so? Ne Das glaube ich von... Von was war das? Killingfloor? Ne, Counter-Strike Mhm Ja, wenn dann Counter-Strike Ja, es wird mir aber grau angeteckt, kann ich aber nicht rausschmeißen Ja Doof Egal 26 vor 10 Ich hab ja... Ich hab ja... Wollte euch für Oblivion noch ein paar Patchs und sowas runterziehen, man Dann war auch so ein Texturen-Paket bei und für mit 1,8 Gigabyte Habe ich so eine Klick da hier runterladen Hat dann nach 300 Megabyte gesagt, Quelldatei kann nicht gelesen werden Den Fehler hab ich immer bei großen Dateien Ich hab keinen blassen woran das liegt Und ja, ich ein bisschen... Sag mir, wo ich es runterladen kann, dann schmeiß ich es dir dann irgendwie rüber Ne, ich hab's jetzt mittlerweile Ich hab mir dann so einen Downloadmanager einfach aus dem Internet gezogen und hab dann da den Link reinkopiert und der hat es runtergeladen, fröhlich Was hat den Scheiß-Tier interessiert? Warte mal so, Geschwindigkeiten von 50 Kbit die Sekunde bis 1,5 Mbit Ne, Mbit so rum Der hat so mal ne ganze Bandbreite mal hin und her ausprobiert, wie er grad Bock hatte Ich grad Trackmania Nation müsste ich schon mal gehabt haben, weil ich hab schon 2 Stunden gespielt Ja, das haben wir schon mal zusammen gespielt damals Warum hab ich das bei mir nicht so gehabt? Ich hab's irgendwann auch mal gespielt, ich weiß nicht, ob auf dem Rechner oder auf dem alten Rechner, aber in Xfire steht's drin Ich hab das auch Das hat jeder irgendwann mal gespielt, weil's umsonst ist Weil's cool ist Vielleicht, dass ich das, glaub ich, damals bei dir auf dem Laptop gezockt hab Ja Hier haben wir jetzt zusammen gespielt Ja Das funktioniert doch auf allen 3 Laptops, das ist der Witz Siehst du, die Beloterkennung wird bereits verwendet Das heißt, ich hab meinen Namen irgendwo schon mal Musst du nur wieder dich dran erinnern Ja, den Namen wahrscheinlich schon, aber das Passwort, heh heh Erinnere dich Kann ich auch andere Skins für die Fahrzeuge Und so, da kann ich mich ganz dunkel erinnern Ja, du kannst ihn selbst anmalen Ja, kann man sich eigentlich machen Und, also wenn du die gekaufte Version hast, kannst du sogar aus anderen Spielen welche importieren Ach, geil Und dann andere Autos nehmen Genau Kommt's dann schon mal vor, dass du einen TIE Fighter auf der Strecke hast Okay Ja Okay Ja Oder du Oder du Äh, ja Ach, lieb mich doch Nein Ich glaube meinen Namen zu erraten bei Steam ist nicht sonderlich schwer Ja Ja Ich bin auch nicht Dafür muss man kein, Student sein Höhöhöh Hahahaha Ah, weh dich, ey. Ah, ein Leber. Nee, ich bin nur glücklich. Nur weil du den halben Tag lang pennen kannst? Ey, so einfach ist das auch nicht. Ja stimmt, man wird ständig geweckt, ne? Richtig. Nee, ich kann wirklich nicht einen halben Tag lang pennen. Also mein Stundenplan, der fängt meistens so gegen... Zwischen selbst zu gucken. Entweder um 8 Uhr oder 9 Uhr 45. Dann hast du ein schlechter Fach gewählt. Ah, eigentlich geht's. Also ich hab mich am Anfang noch gefreut, da hab ich irgendwie... ...hatte ich jeden zweiten Donnerstag nur von 9 Uhr 45 bis 11 Uhr 15. Also anderthalb Stunden Informatik. Aber der Informatiker kam auf die geile Idee, dass wir statt alle zwei Wochen Praktikum... ...äh, jede Woche, aber dafür nur die halbe Zeit machen. Also statt drei Stunden alle zwei Wochen machen wir jetzt anderthalb Stunden jede Woche. Alter. Also muss ich bis, bis, bis 13 Uhr oder so in der Schule bleiben, das geht mir ja gar nicht, ja. Ha, ha, ha. Oh. Oh. Ja, also ich stehe nächste Woche wieder jeden Tag... ...auf. Na? Und dann... ...muss ich zur Schule. Hm. Ich darf... ...jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, muss um 6 Uhr mit der Arbeit anfangen. Achja, das ist natürlich Kacke. Ja. Ja, okay, aber... Na? Hör doch auf zu heulen, Isador, du bist doch eh... ...4 oder 5 Uhr wieder da. Früher. Ja. Ja, toll. Ich bin erst 22 Uhr zu Hause. Ja, dafür fängst du auch später an, du Arsch. Ja, na und? Arbeitszeitverlagerung, ne? Ja. Toll. Aber Arsch damit. Denn wo alle on sind, dann bin ich off auf Arbeit und wenn alle off sind, dann komm ich grad wieder on. Ja. Ja. Das ist auch Pech. Mhm. Gut. Das einzige Positive noch daran ist, ich verdiene mehr als er. Ja. Voll. Und arbeitet weniger, eindeutig. Richtig. Hat mehr frei. Ja. Auch. Ich hoffe dich. Danke. So, wie, wie finden wir uns jetzt hier gegen dich? Partyspiel wahrscheinlich, ne? Ne, Onlinespiel hätte ich jetzt eher gedacht. Ja, kannst du da irgendwo noch mal erstellen? Ich kann hier erstellen. Und wie find ich da? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, aber ich hab's mal in Freunde hinzugefugt. Ja. Du gefugt? Na so, kommst du auch, Gramm? Hm. Ich muss noch runterladen, der ist vielleicht fertig. So, ich hab jetzt mal Server, also der Spielname ist CrimeMe5 und Passwort ist Crimo, damit nicht jeder Idiot bei uns reinkommt, ne? Nur jeder, der hier zuhört. Hattest du mich grad noch Livestream? Genau. Da ist mir aber wurscht. Es geht ja... Okay. Ich dachte, wer bei uns zu kommt, ist ja auch kein Idiot. So. Ja. Komisch, also über Steam kann ich deinem Spiel nicht joinen. Nicht? Naja. Hm, sagt er mir jedenfalls nicht an. Hm. Jetzt. Hm. So. Äh, hab ich bereits ein Konto? Huh. So. So, äh, also war das jetzt Online-Spiel? Äh, von mir verliegen nicht. Empfohlen auch ich. Hm. Soll man dir denn jetzt joinen können? Ich wollte dir nachgucken, aber ich kann das Spiel jetzt nicht unterbrechen, Phil. Äh. Na, ich... Weiß es auch nicht. Ich muss mal gucken, ob du nicht irgendwo das Spielname suchen kannst oder so. Ja. Ich bin gerade Spieler. Ja, nein. Ah, so. So. Wie war das? Coin me 5, ne? Ja. Uff. Ah! Das... Passwort an Quimogames, ne? Nein, einfach nur CRIMO, klein geschrieben. Ah. Gut. Falsches Passwort. Hä? Ich hab Sorgen. Ich hab Sorgen. Ich hab Sorgen. C-R-I-M-O. Ja. Hatte ich, glaub ich, die drin. Alles klein. So. Äh, wie. 5. Suchen klicken, wirst du mir angezeigt. Bei-treten. Und? Nö, du. Dann mach du da eins auf, so. Pssst. Ok. Ok. Oh, es passiert was. Mach es nicht kaputt. Ja, haha. Boah, die muss so... Wie mal Spieler. So. Ja, weiter. So. Online-Spiel. Wie finde ich noch euch? Was? So, ich bin jetzt und... Wie finde ich euch jetzt? Der Name? Warte mal. Ja. Da ist so ein Lupen-Symbol, da kann man suchen. So, jetzt such mal nach Isador 1-9-8-7. Und... Wo kann ich denn suchen? Wo kann ich denn suchen? Wo kann ich suchen? Und Passwort wäre auch wieder kleines Cremo. Na, wenn du irgendwo auf alle gehst, zum Beispiel. Bei Online-Spiel auf alle, dann ist unter der Liste so eine Lupe. Und ich glaube, da kann man suchen. Ah, da, ja. Ja, habe ich schon. Und wie war das nochmal, der Server? Ja, mein Name, Isador 1-9-8-7. Suchen. Suchen. Ich glaube, du musst den Server aber erstmal starten. Oder ein Spiel starten, bevor du... Ich habe ein Spiel gestartet. Du bist schon drinnen. Ja. Bei mir findet er nicht. Bei mir nehme ich auch nicht. Wo ist der Kleine geschrieben? Äh, groß geschrieben. Also, I ist I groß und der Rest klein. Okay. Aber kann mir einer sagen, wie ich jetzt ingame den Sound leiser stellen kann? Da oben gab es so ein... Oh, hier bist du. Ja, das ist oben. Aber ich bin ja jetzt schon im Spiel selber. Das heißt, ich habe meinen Rennwagen hier. Oh, ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden. Ja, Isador mit I groß. Genau. Und dann CRIMO ist das Passwort. Aber mir will er gar kein... Ah, da, Passwort. Falsches Passwort. Scheiße. Ach, jetzt. Das hat ja gedauert. CRIMO einfach klein geschrieben. C-R-I-M-O. Echtes Passwort, hä? Ja, hatte ich auch was. Ja, bei mir war es auch. Das hatte ich nämlich dann wohl auch gerade. Ja. Sicher, dass es klein geschrieben ist? Ja. Gerade. Echt? Da ist doch irgendwie mein Rennen-Passwort drin. Ah, mach was ohne. Stand. So, jetzt habe ich das mal ohne an. Versucht es mal. Ohne Passwort. Ganz ohne? Ja. Gerade. Mir will er trotzdem ein. Passwort eigentlich. Ja, vielleicht musst du es erst mal aktualisieren. Hab ich doch. Beitreten. Passwort. Komisch. Ja, wollen wir uns nicht irgendeinen anderen mit einem fertigen Server einfach nehmen und gut ist? Leute? Ist Wurst. Hä? Hier ist Wurst. Gut, ich gehe mal hier auf Germany, dann gehe ich mal auf Berlin. Ne? Ja. Ja, kann man machen. Und sogar welche ohne Spieler, glaube ich. So, Germany, Berlin. Was haben wir hier? Free Zone Short habe ich hier. Ja. Hier ist der jetzt rein. Ja. Dann bin ich jetzt auch drin. Ich auch. So, ich bin mal kurz nochmal weg. Wie ist der? Free Zone Short. Komisch. Find ich nicht. War, glaube ich, gleich der dritte oder vierte. Bei mir ist der dritte FFG im... Ach ne, das sind Spielerzonen. Wow, ist das laut. Hä? So, ich bin zurück. Aber... Jetzt muss ich erstmal... Warte mal, ich muss irgendwie den Ton hier leiser kriegen. Wow, fuck. Da war ne Kurve. Ja. Musst mir Steuerung hinkriegen. Da ist nicht viel eigentlich, ne? Aber... Ja, aber... Genug, um was falsch zu machen. Boah, die beiden Zeiten. Bei so einem Spiel mit Bremsen zu arbeiten, ist auch scheiße. Wat? Passt mit, la, per device zu machen. Meeee, Mee, 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 Mee. Ja. Ist schon einer von euch im Ziel gewesen? NöÄ. Hä, wieso kann ich nicht grad den Stack und nicht ändern? Wieso bin ich raus? Ist der gekickt? Co-Hackers ist auch groß gegangen, um Notstärke ändern zu können, aber Rookie, nö. Nein! Also die erste Kurve hat schon in sich. Ja. Auf dir zielten Amy nicht, hier auf dem Rücken. Ah, ich vergesse. Ach. Da muss man schräg rüber springen, verfluchte Axt. Ja, das habe ich sogar verstanden, aber dann kommt man Kacke auf und dann landet man... Ja, ich bin wenigstens im Ziel. Ich bin Platz 6. Ja, und dann flieg ich natürlich... runter. Bin drüben gelandet, aber schaff's nicht. Ach, naja, versucht. Gucken wir, ob's jetzt leiser ist. Ah, Platz 5! Sau. Nein... Platz 3! that's actually not aware of? Woa! Oh, got me! お quarto! Chainflip... Aber! Whoa! Echt mal aus der ersten Kurve geflogen? Ja, komm ich denn zurück auf Strecke? Ähm, Leertaste oder? Backspace Back, genau Leertaste ist nur vom Letzten Ich mein, äh, ja Gilt's Leertaste überhaupt? Nee Ich wollt nur gewinnen Schlau Oh, war Isador Ziel, Ziel, sechster Platz Ich war fünfter, du Letzter Ich war dritter Und Crimey wird Weltmeister Nee, das ist aber rückt mich die ganze Zeit Also führender ist ja ganz klar der Jolle Ne Hier ganz stark Oh, voll in die Lust geschnallt Nein Okay, wir gehen Ja, ja, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's Sechster, verdammt Ich hab's aufm Rücken gelegen Haha, ich hab dich gesehen Mioom Nein, nein 1, 2, 3, verdammt Zeigen die anderen auch noch? Sechster Ja Dritter, hallo, dritter Und Crimey ist dritter Jeweils steht's Last round Last round Dann bin ich 8er und erst 6er So Ich schaff's Ich schaff's Neunter Ja, ich mein, mein Ton ist hier noch ziemlich laut Dann mach was dagegen Ja, daran lag's Ja, ich weiß auch nicht wie man den leiser stellt jetzt Ja, ich bin komplett raus und hab mich neu eingeloggt Dann hast du oben das noch gehabt beim Einloggen Ja, das hatte ich auch, aber ich stell's einfach hier über Windows leiser Wow, was für ne Strecke Äh, geil Das wird ja Klasse Bitte warten Bitte warten Da ist es Da ist es Hey, was ist das Ding? Ahja Und diese geile... Diese geile Fahrstuhlmusik dazu Oh scheiße, ich krieg nicht mal die erste Kurve richtig Nein! Oh Ja, ich auch nicht Wow Vorsicht, da hast'n Sprung, hört's richtig, aber ich fliegste raus Ha, drunter Selbst wenn du Neustartest, kriegst du den nicht Warte, wo starte neu? Backspace Ähm Ja Ahja Weil da noch so Speed So wie ich das gerade sehe, starten das viele grad neu Ja Ich bin hinter euch Ich bin schon wieder raus Echt, ich bin jetzt erst oben raus Ja, ich auch Ha, 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 ha Ja, ich hab die Kurve gerade so gekriegt Getz, ich bin hinter dir Vor dir Isador an dir vorbei Wow, da war Isador Ich Ich häng hier im Scheiß von einem Gackenlüfter Ich komm nicht oben, Alter Ich bin auch nicht oben Ah, ha, ha, ha Ich war einmal oben und auf dieses Scheiß... Ach, das ist ja cool Yeah, ich bin oben Und auf dem Dach Backflip Och, man 2 cm höher Ja Überhaupt schon einer ins Ziel gekriegt Ja Oder? Ich war in der Nähe Scheiße Ich bin drüber und wieder runter Boah, das gibst mich Ich komm da nicht rüber Yeah, ich bin drüber und Backflip 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 Und... Lieg in der Kurve Nein! Nein, ich war so knapp Nein! Bremsen Das gibst doch nicht, wieso bin ich denn da nicht rüber Nein, und auf dem Dach gelandet Ich hab extra noch gebremst, als ich drüben war Haha, ich hab auch in der Luft gebremst Und... Jawoll, ich hab's geschafft! Genau an der Kante hängen Boah, shit! Da ist das Und auf der anderen Seite musst du gleich nach links fahren dann Ja, das musst du erstmal rüberkommen ohne Flip Ich hab's geschafft Und das musst du richtig Speed mit rüber nehmen Ja, 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 Backflip Ja, ich drüben Wunderbar, jetzt nur noch Rückwärtsgang Kurve Und... Fahren Und gib ihm Nein Ah! Nur, dass es da so scheiße geht Ich hab doch gesagt, ich muss gleich nach links fahren Wir haben das schon einmal... Ja, nach links bin ich gef... Rechts bin ich gef... Rechts ist doch die Kurve Hä? Kurve ist nach rechts, wenn du bist Ach, da, ja Die sieht man doch Och, das gibt's doch nicht Ja, weiter bin ich ja noch nicht gekommen Achso, ja, ich probier jetzt schön noch... Ein Ziel ist mein nächstes Das Crime Ich versuch ja immer nach... Oh, jetzt hat endlich einer den ersten Platz erreicht Haha, was ist das denn? Du musst auch gleich nach links nach der Kurve Ist ja hart Ja, da kannst du auch nicht mit richtig viel Schwung Nein, ich bin auf dem Dach drüben an... Ehm, bei dem... Wo man nach links muss Ja, und jetzt häng ich an dieser Scheißschritte Da der... Da der rechte Kurve Am ersten Sprung Ich bin hinter dir Ich komm echt nicht weiter Nein! Nein, zu weit! Verdammt Nicht weit genug? Aber kurz, ich bin hinter dir Die Strecke ist scheiße Ja, die ist geil Aber ihr kennt nicht meine Strecken, die ich gebaut hab Götz wüsste vielleicht noch halbwegs Ne? Götzi? Götzi? Was? Die Strecken, die ich gebaut hab Boah, die kann ich gar nicht mehr wegnehmen Guck mal, jetzt spring ich hier runter und lieg wieder auf dieser Halfpipe Ja, und ich lieg auf dem Dach Ach, was ist das eine Scheißschritte? Muss man denn da fahren? Ja, über die Halfpipes komm ich auch noch nicht Na, ich hatte mal halt ne Strecke, da bist du... Es sieht zumindest ein Test aus, wie man die ganze Zeit dann... Also, dass man die ganze Zeit rüberkommt Ja, über den ersten komm ich auch noch, aber Half ist denn Feierabend Ja, da hab ich keine Ahnung Ja, da muss man direkt drauf Boah, ja wie? Ja, du brauchst da richtig kämpfen Ja, ich muss doch beim ersten schon abbremsen, damit ich nicht da einen Backflip mache Ja, das wird nix Ha! So, der Platz Nein! Das war knapp Nein, 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 nicht überschlagen, Steingart Ja Na, zurzeit vorbei Was geht? Nein, war grad so gut Ha! Dritter! Dritter! Yeeeey! Cheater! Cheater! Ja, echt, echt mal Ach Hey, ich bin immerhin auf den Zehn Ich bin Pfuff, super! Neunter Angeber Ich geh erstmal nochmal kurz ausm Schrauel Ach, du bist Julio Ne, achso doch, ich bin Julio, ja Ja, bin ich Ich dachte, ich bin Jolle Ja, ich bin Julio Ich hatte halt mal so ne Map gebaut, da bist du gestartet und bist gleich in den Kreisel aber abwärts gefahren Und ihr den verkackt hast, dann... Das war das Ding, was ich gerade sehen durfte Ach, neun Sekunden Ach, neun Sekunden Ich hab's grad von oben im Zoom gesehen Ja, das hat jemand an 19 Sekunden gemacht Ja Wahrscheinlich irgendeine Abzug Boaah Ahja keit Eeeeei- Ich aufm Dach, super! Ich bin genau hin hier Kollege Ich hoffe, jetzt ist der Tur und mich poop! NEI! Das ist so ne Schnette! Ich bin hier ... weiter preached Ich lieg auf dem Ziel! Ich lieg vor dem Ziel! Nein! Du liegst vor dem Ziel! Lass'n rein! Kollege! Nein! Ich dachte mir die Scheiße! Ja, ja, ja! Berghoch! Jawoll! Geschafft! Sechster, sagt mir! Äh, was? Ah! Klar, sag doch, dass hier Gebäude steht, verdammte Axt! Da steht ein Gebäude! Danke! Bitte! Das würde ihn sehr glücklich machen, dass du ihm das jetzt gesagt hast! Ja, das hoffe ich! Oh, fuck! Ziel! Achter! Oh, welcher wird's denn ich denn? Cheetah! Ja, Leute, ein bisschen kontrieren! Kontrieren? Nein! Kennt einer noch Takes in Fidget Comics? Ja, natürlich! Da gab's doch einen, der nannte sich Konzentration! Wo die so ne Nachtelf-Dame in nem knappen Plattenbikini treffen! Aha! Ich hab den sogar im Heft! Ich hab mir damals das erste Comic-Heft und den gekauft! Ja, das wollte ich mir auch holen, aber das war gar nicht mehr als ich... Ich hab's halt sogar mal signiert! Angeber! Was ist denn das geklaut? Ja, ja, ja! Wie? Ich hab's mir hier gekauft, bin nach Leipzig auf die Games Convention gefahren! Und hab nur sie mir von beiden signieren lassen! Sowas kann's mal verlosen! Ja, das finde ich auch... Du, äh, jeder Otto-Normal hat nur ein Shakes und ein Fidget gekriegt, ja? Also so quasi der Riff und den Namen drunter und ich habe noch einen Bob! Du bist ein Bob! Du bist ein Bob! Oh nein! Ich hab einen Geistheiler noch als Zeichnung drinne! Aha! Ich fahr kurz von dir! Genau! Das hat ideellen Wert! Aber ich verlose ja immerhin... ...etwas anderes beim Burger-Event in Berlin in zwei Wochen! Zack! Neunter Platz! Ja, sag mal, äh... Sam, kommst du auch nach Berlin? Hast du in zwei Wochen Zeit? Nee, halt nicht! Nein! Schade! Ich hab am Ziel überschlagen und ich komm nicht rein! Stimmt ja, du bist ja so generell, die am Wochenende arbeiten muss! Nein! Du hast nur ne gute Runde, ey! Haha, ich hab ja kein Lock geben! Ich habe gute Arbeitszeit und geiles Geld! Ja, gleiche! Und dadurch, dass... Weiß nicht, ob du's mitgekriegt hast, dass ja hier die Öffentlichen gestreikt haben... ...haben wir jetzt mehr Geld als Lehrlinge noch gekriegt dazu! Haha! Und noch mehr Freizeit! 50 Euro mehr Gehalt! Nur weil bei euch die Öffentlichen gestreiken? Na, weil ich arbeite ja im öffentlichen Dienst! Achso! Bin ja nicht... ich arbeite nicht Koch, ich arbeite im öffentlichen Dienst! Achja! Nen Unterschied! Du warst dann ein Cheater! Richtig! Schubst dich ins Sport gegen die Wand! Haha! Geil! Da kann ich krank spielen! Ich mein, wer ist so blöd und latscht gegen die Wand! Oh nein! Zwei sind besser geworden! Klop 10? Ach, das... das... das wissen wir dann gar nicht, ne? Äh, wir hatten's bei uns in der Schule den Fall, da ist einer gegen die Wand gelatscht und krank waren, musste kommen! Echt, ja? Ja! Wie macht man denn das bitte? Ja, egal, knacken und so! Genick irgendwie angekriegt, keine Ahnung! Wie, aber es war nicht bei uns im Unterricht, es war halt in einem anderen Unterricht, aber wir haben's halt beobachtet! Wir krank waren den Kahn! Ist ja geil! Ich hab sie ja gefriert, ja, eine meiner Kolleginnen da und sie weiß auch nicht, wie sie gefriert hat! Ach, direkt aus deinem Beep auch noch? Ja! Die waren auch ein paar... ja... ein bisschen krank halt! Wie lange? Boah! Hat mich nicht! Bis nach der Schulzeit noch ein, zwei Wochen! Ach, du warst schon drittes Jahr jetzt! Ne, ne, sie ist auch drittes Jahr jetzt! Ach so! Mann, ich werd nicht besser! Ich auch nicht! Bleib auf 10! Ich bin 12! 7! Beziehungsweise jetzt 13! Nein, ich bin 11 geworden! Fuck! 10! Götze ist 8! Oder was? Ach nee, letzte Runde, Entschuldigung! Ich hab mich auf 10 gehalten! Ich bin 11! Platz 7! Ich bin 13! 10! Ach, du hast schon mal einen 10! Nee! Doch! Julio ist hier, unser Julius! Ja, hier! Danke! Dann hast du mich vom 10 grad geschubst! Ach, das ist schon eine Weile her! Komm! Komm Gramm! Wir mal mit! Ich brauch grad eben die ganze Zeit bis kurz vorm Ende! Er downloadet! Er downloadet grad noch! 7 Minuten! 6 Minuten! Ach du Scheiße! Die Stricke ist ja zumindest das Anfang und Ende sieht ja kacke aus! Ähm, geil! Nehm ich! Nehm ich! Ist gekauft! Will nicht warten! Ich will fahren! Und dann muss! Starte! Dem-da-da-dem-dem! Boink! Achtung! Wow! Gleich erst mal ne Fetzkurve! Schön in der Mitte am Poller hängen geblieben! Ha! Ha! Boah! Wo fahr ich denn grad lang? Ich fahr hinter dir! Glaub es gab ne Abkürzung, oder? Oder sah das nur so aus? Das sah nur so aus! Ich bin dritter! Huh! Nee! Nein ich bin vierter! Ich bin zweiter! Neunter! Ich bin dritter! 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 Ach! Fittig! Verdammte Axt! Nee, auch nicht. Ahhhh! Weg durch! Dachte ich könnte bescheißen, aber nein, funktioniert doch nicht. Nee, bescheißen gibt's hier sowieso nicht. Du musst schon alle Checkpoints mitnehmen. Ja, ich hab zwei Checkpoints mitgenommen. Aber Eider ist halt auf der Runde oben. Oh, ey. Nein! Wieso komme ich nur in 12? Ich bin zu doof. Ich bin auch nur noch 7. 7. Das ist anstrengend, ey. Toll. Jetzt hab ich irgendwie eine Modebremse drin. Ich komm nicht mehr vorwärts. Super. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin an dir vorweil gefahren. Ach, fuck. Ah, sag doch, sag doch einem Idioten, dass Leertaste Chat bedeutet. Okay. Leertaste Chat. Leertaste Chat. Ja. Ja. Ja, ist es sonst nicht so. Weißt du, sonst ist es T oder Z oder irgendwas. Fünfter. Wow. Wieso seid ihr alle so schnell? Ich werd nicht besser als 12. Oh. Das ist einfach Skill. Hä? Hä? Äh. 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 Ah, fuck. Fingend. Ja. Immer wieder. Ah. Cool, Just. Das freut mich doch. Na, ich überhole dich gleich. Ja, jetzt. Ach, verdammt. Nee, doch nicht. Ich war da mit rein. Ach, schwein. Das hab ich schon wieder vergessen. Na, ich bin schon wieder hinter dir. Und Isato ist auch dabei. Ja, Isato hab ich schon mal gewollt. Zehnter. Einwand. Fuck, das wird nicht schnell. Ja, die... Ja, ich glaub auch. Vielleicht gleich. Neu. Na. Ne, ne. Dreizehnter. Ich werd nicht besser. Dann machst du was falsch. Ja. Definitiv. Ich bleib bis auf der große Hohre oben. Bleib ich die ganze Zeit aufm Gas. Nein. Ich schaff die erste, wohl nicht mal die Drohne anzuecken. Na, dann musst du gleich... Komm an, gleich links und dann... ...rechts. Ach, wieder rausgeflogen. Immer noch dreizehnter. Rechts, du meinst links. Der erste links und dann rechts. Er ist gleich vorne nicht zweiter links, sondern gleich das erste links. etzt... вторłe. Und das ist alles... Poh showcase... Würde von mir. ...die Wand. Der sieht sehr uncool aus. Vielleicht... Man, ich bin entwände. Immer noch dreizehnter! ersten sates. Da war ich gerade bei Platz 2. Ah, auf dem sechsten.. Oh, durch den Wand. Oh, da ist gerade jemand erster gerungen.